Pantau ist wieder da. Die Straße, in der Herr Rosenblatt sein Fundbüro hatte, war eine ruhige Straße. Es gab nicht viel Verkehr, keine Geschäfte, keine Büros, nur Wohnungen, in denen meist alte Menschen wohnten. Aber seit gestern war hier der Teufel los. Frau Pospischill, eine Kanzlei-Oberoffizial-Stellvertreters-Witwe, war mehr als erregt. Endlich war mal was los. Endlich war das große Abenteuer aus dem Fernseher gesprungen und scheinbar direkt vor ihrer Nase gelandet. Sie hatte den Platz am Fenster, natürlich hinter den Vorhängen, seit gestern Nachmittag nicht mehr verlassen. Nur für einen kurzen, von wilden Träumen gebeutelten Schlaf. Sie beobachtete, wie immer mehr Kinder auftauchten, hinter jedem Mauervorsprung. An allen Ecken sah man mal ein Bein, mal einen Arm, einen Kopf, mal ein geheimnisvolles Zeichen. Und einen Hund, der auffällig von einem zum anderen lief und anscheinend Nachrichten überbrachte. Frau Pospischills Haus stand schräg gegenüber dem Fundbüro. Es war ihr nicht entgangen, dass sich alle Aufmerksamkeit der Kinder auf das völlig unscheinbare Geschäft des Herrn Rosenblatt richtete. Womöglich Rauschgift oder Menschenhandel, arg wöhnte die alte Dame. Mein Gott, man hört ja heutzutage die schrecklichsten Dinge, obwohl ich das dem Herrn Rosenblatt nie zugetraut hätte. Frau Pospischill dachte schon daran, der Polizei ihre Beobachtungen zu melden. Wer weiß, ob nicht sogar ein Mord. Schnell verdrängte sie diesen abscheulichen Gedanken und konzentrierte sich wieder ganz auf ihre neue Aufgabe als Detektiv. Halt! Da schien etwas im Gang zu sein. Ein Herr marschierte zielstrebig, zu zielstrebig, wie Frau Pospischill meinte, auf das Fundbüro zu, blieb vor dem Eingang stehen. Sie hatte es ja gewusst. Drehte sich kurz um, als würde er kontrollieren, ob ihm jemand gefolgt ist, und betrat den Laden. Wenn das nur gut ging, die alte Witwe erwartete jeden Augenblick, Schüsse zu hören. Vom ursprünglichen Fundbüro des Herrn Rosenblatt war nur noch die Eingangstür übrig geblieben. Dahinter jedoch verbarg sich nun ein technisches Wunderwerk. Der Schreibtisch war verschwunden, dafür stand dort jetzt ein riesiges Schaltpult mit Knöpfen und Hebeln und Schaltern, Leitungen und Apparaturen. Das Gitter war noch immer da, nur war es jetzt mit einer Alarmanlage gesichert. An die Stelle der endlosen Regalreihen waren stahlglatte Tresorschränke getreten, die vom Boden bis unter die Decke reichten. Auch brauchte kein Fundmeister mehr durch die Gänge zu schlurfen. Diese Arbeit erledigte jetzt ein Roboter, der lautlos umherflitzte und mit Zangenhänden die Fundgegenstände beförderte. Hinter dem Steuerpult saß Rosenblatt und auf seinem Kopf die Melone, die ihm seinen großen Lebenswunsch erfüllt hatte. Das perfekte Fundbüro. Die Verwirklichung seines Traumes hatte ihn selbst auch verändert. Von einem vereinsamten älteren Herrn keine Spur mehr. Die Haare und der Bart waren weltmännisch schwarz gefärbt. Er trug eine modische Brille statt des alten Nickelzwickers, einen saloppen Anzug und einen blütenweißen Arbeitskittel. Jahrzehnt lang hatte er die Pläne für diesen Traum im Kopf gehabt, bis ihm gestern das Schicksal die Zaubermelone beschert hatte. Da-dam-ba-da-dam-bam-ba. Und in der gleichen Sekunde, in der sein Finger von der Hutkrempe fuhr, stand das zeitgemäße Fundbüro vor seinen glänzenden Augen. Die Tür ging auf und der Mann, den Frau Pospischil beobachtet hatte, betrat das Fundbüro. Er war vor Jahren schon einmal hier gewesen, als er einen Regenschirm verloren hatte. Deshalb war er auch mehr als verwirrt, nun dieses hypermoderne Büro vorzufinden. Er wollte schon umkehren, weil er dachte, das Fundbüro sei verzogen, und hier wäre nun eine Computerfirma untergebracht, als eine Stimme aus einem Lautsprecher befahl, Guten Tag, bitte nicht drängeln. Mit zaghaften Schritten kam der Mann näher und blieb sichtlich beeindruckt vor dem Steuerpult stehen. Ich habe, begann er, wurde aber gleich vom Fundmanager unterbrochen, beantworten Sie ihm nur meine Fragen. Ohne Umschweife, wenn ich bitten darf. Verloren oder gefunden? Verloren, zirpte der eingeschüchterte Herr. Rosenblatt drückte einen Knopf, der daraufhin zu blinken begann. Was verloren? Einen Schlüsselbund. Ich fuhr ihm, bitte keine Erklärungen. Präzise Antworten auf präzise Fragen. Also ein Schlüsselbund. Rosenblatt legte einen Hebel um, tippte auf verschiedene Tasten und lehnte sich zurück. Drei Sekunden später gongte es, sanft, und am Bildschirm blinkte eine Zahl auf. Zurzeit befinden sich 4.969 Schlüssel in meinem Lager. Finden Sie Ihren aus diesem Haufen heraus? Wie bitte? stotterte der Herr. Aus 4.009? Ha! Brüllte Rosenblatt und seine Augen bekamen etwas Teuflisches. Dachte ich mir es doch. Und ganz amtlich fuhr er fort. Beantworten Sie mir folgende Fragen. Essen Sie gern Tomatensuppe? Der Herr verstand nun gar nichts mehr. Er drückte einen weiteren Knopf, der rot aufleuchtete. Wie heißt Ihre Frau? Äh, ich bin Witwer. Wieder surrten die Maschinen und dann herrschte Totenstille im Büro. Mit der Rohrpost war irgendetwas angekommen, denn es machte leise Klack. Rosenblatt entnahm mit siegesbewusster Geste einen Schlüsselbund und schob ihn dem kreidebleichen Herrn zu. Unterschreiben Sie bitte hier, sagte er kurz und bündig, Datum und Name. Der Schlüsselbundbesitzer konnte sich gar nicht beruhigen. Mein Schlüssel, es ist mein Schlüssel, wie haben Sie das? Statt einer Antwort legte der Generaldirektor des Fundunternehmens ein rosa Hebelchen um und der Lautsprecher begann, auf Wiedersehen, danke, ehrlich, wert am längsten. Frau Pospischill war fast enttäuscht, als der Herr lebend aus dem Fundbüro kam. Wahrscheinlich doch Rauschgift murmelte sie vor sich hin. Die Bande, inzwischen auf 58 Kinder und drei Hunde angewachsen, hatte einen perfekten Plan ausgearbeitet, um den Fundbürobesitzer nicht aus den Augen zu verlieren. Es wurde gerade der Einsatz eines Sonderagenten vorbereitet. Dieser Einsatz war so sonder- und so agentös, das heißt geheim, dass selbst die Witwe Pospischill davon nichts mitbekam. Der Sonderbeauftragte betrat forsch das Büro und stand vor dem Pult. Nichts rührte sich, bis Rosenblatt sich weit nach vorn beugte, um zu sehen, was für ein Zwerg da etwas von ihm wollte. Belly war fünf und ihr Scheitel reichte gerade bis zum Steuerpult. Verloren oder gefunden? fragte Rosenblatt. Gefunden, antwortete Belly tapfer. Aha, und was gefunden? Eine Murmel, sagte Belly und legte den Fundgegenstand auf das Pult. Das ist ja eine ganz gewöhnliche Glasmurmel. Der Chef Verwahrer war etwas verwirrt. So was kam ja nicht alle Tage vor. Das rührte direkt an sein Herz, beziehungsweise an den Rest, der davon noch übrig geblieben war. Brav Kind, sehr ehrlich, was, glaubst du, ist die Murmel wert? Nicht viel. Oder vielleicht doch, erklärte Belly. Es kommt darauf an, wer sie verloren hat. Ob er viele Murmeln besitzt oder ob das seine letzte war. Das leuchtete selbst Rosenblatt ein. Sehr gut, wir werden sie in Verwahrung nehmen. Er tippte Murmel in den Computer ein, legte das Glaskügelchen behutsam in ein Schächtelchen und steckte es in die Rohrpost. Ein Knopfdruck und das Kästchen entschwebte und tauchte gleich darauf hinter dem Gitter auf, wo es der Roboter in seine Zangenhand nahm und in einem Tresor verschwinden ließ. Mit einem freundlichen Lächeln drückte Rosenblatt auf den Verabschiedungsknopf. Als Belly nicht gleich ging, sondern sich noch agentenmäßig umsah, schob er sie zur Tür hinaus. Der hat sicher die Melone, berichtete Belly ein wenig später. Der hat sicher ein neues Büro gezaubert. Und Emil gab den Befehl zu Plan Nummer zwei. Plan Nummer zwei trat in Kraft, als Rosenblatt sein Geschäft verließ und in eine funkelnagelneue Limousine stieg, die vor seinem Laden stand. Frau Pospischiel holte sich die Augentropfen. Sie hätte schwören können, dass dieses Auto vor einer Sekunde noch nicht dastand. Und als sie den veränderten Rosenblatt sah, holte sie sich auch noch die Herztropfen. Da bin ich ja, mitten in einem großen Kriminalfall, keuchte sie aufgeregt und bewaffnete sich mit einem Spazierstock. Flöckchen bellte an Josefs Ohr, den großen Zapfenstreich. Vom langen Beobachten waren nicht mehr alle Kinder so ganz fit. Als Josef sah, dass der Fundmeister davonbrauste, rannte er zur nächsten Ecke und gab mit einem Spiegel das verabredete Signal zur nächsten Kreuzung, wo auch einer von der Bande stand. Der hob ein rotes Tuch, als das Auto an ihm vorbeikam. Das Mädchen, das zufällig auf einem Balkon stand, winkte daraufhin mit einem langen Besen in Richtung Brücke. Dort lauerte ein kleiner Junge, bis der verdächtige Wagen an ihm vorüber war und ließ einen gelben Ballon steigen. So ging das den ganzen Weg, den Rosenblatt fuhr. Die Bande und ihr Anführer Emil wollten nichts dem Zufall überlassen. Sie wollten über jeden Schritt, den dieser Gauner tat, Bescheid wissen. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit trafen sich die Kinder im Hauptquartier. Nun musste irgendeine Entscheidung gefällt werden, wie man Pantau befreien konnte. Wir überfallen den Laden, schlug ein großer Junge vor. Unmöglich, erwiderte die Spezialagentin Belly und beschrieb die Alarmanlage auf dem Gitter und an den Türen. Bevor wir die Tür überhaupt berührt haben, hat er schon sein Gewehr geladen. Dann entführen wir ihn einfach, meinte Emil. Da kam Josef angerannt und versteckte etwas hinter seinem Rücken. Schaut, was ich von meinem Großvater geborgt habe. Er holte eine Melone hervor, die genauso aussah wie der Zauberhut. In erster Begeisterung riefen alle Hurra, bis Emil fragte, und was fangen wir damit an? Das war der Augenblick, auf den Polizeikommandant Hund Flöckchen gewartet hatte. Er hechtete nach vorne, schnappte sich die Melone und machte seine berühmten Stehaufmännchen. Flöckchen, rief die Bande, was hast du vor? Herr Rosenblatt fuhr nur noch große Autos, vergnügte sich nur noch mit echten Damen und aß nur noch die auserlesensten Speisen. Bevor er jeden Abend heim in sein Schlösschen am Stadtrand fuhr, holte er sich im feinsten Delikatessenladen der Stadt sein Abendmahl ab. Er selbst trug die Champagnerflaschen, legte sie auf die Rückbank und ließ die hintere Autotür für den Verkäufer offen, der die Köstlichkeiten anschleppte. Den kurzen Moment, als die Tür unbeobachtet war, nutzten Flöckchen und ein Polizeihund Anwärter, um in das Wageninnere zu huschen. Keine Sekunde zu früh, denn schon kam der Verkäufer und stapelte die Schachteln im Fond. Als er die Hunde sah, einen davon sogar mit Melone, nahm er sich vor, gleich morgen seinem besten Kunden seine vorzüglichen Steaks für Hunde zu empfehlen. Vor der prächtigen Auffahrt des Rosenblatt'schen Schlosses wartete schon Pinky, die Dogge, auf sein Herrchen. Heute stieg ihm nicht nur das Abendessen in die Nase, sondern auch der Duft von anderen Hunden. Nicht schlecht, dachte Pinky. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Und so nahm er den Begrüßungstritt seines Herrn gelassen hin. Sobald Rosenblatt verschwunden war, sprang das Duo aus dem Auto und wurde von Pinky willkommen geheißen. Flöckchen erklärte Pinky zum einfachen Gefreiten mit Aussicht auf baldige Beförderung. Pinky, ungefähr siebenmal so groß wie sein Vorgesetzter, nahm diese Auszeichnung stolz an. Mit verhaltenem Gebell wurde ihm rasch erklärt, was sich in der nächsten Stunde hier abspielen würde. Wir brauchen eine Leiter, Sergeant Pinky, befahl Flöckchen. Und Pinky lief sofort los und brachte eine Leiter. Was für ein Glück, dass wir Pinky getroffen haben, bellte Flöckchen. Bald hatten sie ein offenes Fenster ausgemacht. Flöckchen mit der Belone im Maul stieg auf die Leiter und verschwand im Schloss. Nun würde sich das weitere Schicksal Panthaus entscheiden. Rosenblatt hatte gespeist und war bereit für die Nacht. Vorher musste er nur noch seine Bettdecke mit den neuen Geldscheinen füllen, die er sich im Laufe des Tages zusammengezaubert hatte. Unter solchen Daunen schlief man noch einmal so gut. Der letzte Handgriff vor dem Einschlafen war das Abnehmen, Reinigen und Aufbewahren der geliebten Melone. Ein letzter tiefer Blick, ein Küsschen auf den Deckel. Dann nahm er das Gewehr, entsicherte es, kuschelte sich unter die Millionen und schlief ein. Flöckchen pirschte durch die Gänge und hatte seine Nase auf höchste Alarmstufe gestellt, um den Dieb aufzuspüren. Die Nase schnüffelte ganz knapp über dem Boden, weil es schwierig war, eine Spur aufzunehmen. Völlig mit den fremden Gerüchen beschäftigt, übersah Flöckchen einen abgestellten Geschirrwagen, rammte ihn und Teller und Gläser polterten mit einem Höllenlärm zu Boden. Rosenblatt fuhr erschrocken hoch und sprang mit der Flinte im Anschlag aus dem Bett. Da war doch was, zischte er, riss die Tür auf und legte zur Abwechslung den Zeigefinger der linken Hand auf den Abzug. Er schlich durch die Zimmer und Flure und leise schlotterten seine Knie. Zum Glück ereignete sich Flöckchens Unglück im entferntesten Teil des Schlosses, sodass Rosenblatt die Scherben nicht zu Gesicht bekam. Zum Glück machte der Schlossbesitzer bei seinem Rundgang solchen Lärm, dass Flöckchens Ohren der Nase halfen, den Weg ins Schlafgemach zu finden. Der Polizeioberkommandant Hund betrat das Zimmer und war am Ziel der halsbrecherischen Aktion. Da lag die Melone und schlummerte friedlich in einer Samtschachtel. Das Austauschen war nur mehr ein Kinderspiel. Mit dem echten Zauberhut im Mund raste Flöckchen im wilden Galopp den Weg zurück zum offenen Fenster, hoppelte geschwind die Leiter hinab und wurde von seinen Hundekameraden voller Begeisterung empfangen. Er verabschiedete sich von Hauptmann Pinky, die Beförderung ging unbürokratisch vor sich, ließ den Hunde-General zur Beobachtung der weiteren Vorgänge beim Schloss zurück und machte sich auf den Weg zurück in die Stadt. Rosenblatt kletterte indessen wieder in sein Bett. Wohl schlecht geträumt, versuchte er sich selbst zu beruhigen, warf einen Blick auf die Melone und schlief wieder ein. Flöckchen war schon drei Stunden ohne Unterbrechung unterwegs und wurde gerade von den ersten Sonnenstrahlen überholt, die ihn aufforderten, doch mal eine kurze Pause einzulegen. Er ließ sich überreden und legte sich für ein paar Minuten aufs Ohr beziehungsweise auf die Melone. Eine Grille kam neugierig näher und zirpte, »Eh du, was machst denn schon so früh am Morgen hier?« Als sie keine Antwort bekam, hüpfte sie auf Flöckchens Nase und kitzelte ihn anständig. Flöckchen ließ sich aber nicht stören, sondern nur ein paar Mal nach der Nase. Traf aber die Melone. Die Sonnenstrahlen hatten an diesem Morgen noch eine andere seltsame Begegnung. Sie weckten einen Mann. Und auch der Mann wunderte sich, wieso er von Sonnenstrahlen gekitzelt wurde. »Komisch«, sagte er zu sich im Halbschlaf, »das Fenster des Schlafgemaßs geht doch nach Westen. Hat mir da jemand einen Streich gespielt?« Er öffnete die Augen einen Spalt und schloss sie gleich wieder. Denn was er da sah, konnte nicht sein Traum sein. Aber die Sonne war neugierig und verstand nicht, was ein Prunkbett, ein Nachtkästchen und eine Samtschachtel mit einer Melone mitten auf einer Müllkippe zu suchen hatten. So kamen die Sonnenfinger noch ein Stück näher und brannten dem grauhaarigen Herrn mit grauem Bart gehörig ins Gesicht. Herr Rosenblatt schlug tapfer die Augen auf und musste mit sich kämpfen, um zu glauben, was er da sah. Er lag inmitten von Abfall. Schnell griff er nach der Melone, um sich aus diesem Albtraum fortzuzaubern. Zum Glück war sie ja noch da. Er setzte sie auf, da-dam-ba-dam-bam, Schwung und Kreis. Doch nichts geschah. »Habe ich vielleicht nur einmal Tipps gemacht? Also noch einmal?« Wieder nichts. Ein paar Arbeiter hatten die gespenstische Szenerie inzwischen auch entdeckt und starrten fassungslos auf das Prunkbett und den Herrn darin, der verzweifelt auf einer Melone herumtrommelte. Ein erschütternder Anblick war es, als Rosenblatt auch noch entdeckte, dass sich die Banknoten in der Decke in Federn verwandelt hatten. »Mein vollautomatisches Fundbüro, werden Sie mir aber doch gelassen haben!« Das war das Stichwort. Er sprang aus dem Bett, zog sich seine abgewetzten alten Kleider über, die statt der seidenen Anzüge am Haken hingen und rannte los. Einer, den die Sonne schon den vierten oder fünften Morgen nicht erreichen konnte, war Pan Tau. Er saß in einer Ecke des Fundunternehmens und tröstete seine welke Blume im Knopfloch. Er hatte vergeblich alle aufbewahrten Hüte durchprobiert, ob ihnen nicht vielleicht irgendein Zauber zu entlocken wäre. Hatte alle Schlüssel vergeblich im Schloss gedreht und das Spielzeug war auch schon langweilig. Da rollte ein kleiner Ball vor seine Füße, so als wollte er sagen, komm, spiel mit mir. Pan Tau nahm den Ball und begann mit ihm zu spielen. Zuerst ließ er ihn auf dem Boden hüpfen, dann warf er ihn gegen die Wand. Zuerst bemerkte Pan Tau es gar nicht, aber plötzlich klickte es in seinem Kopf. Er warf den Ball noch einmal gegen die Wand. Es machte Bamm. Als er ihn etwas niedriger warf, machte es Bim, Bamm und Bim. Pan Tau klopfte noch einmal an der Stelle, wo es Bim gemacht hatte. Dort klang es hohl. Schnell riss er die Tapete herunter und wirklich, dahinter kam eine Kamintür zum Vorschein. Er öffnete sie und sah nach oben. Endlich! Am vierten oder fünften Morgen konnte er der Sonne wieder guten Tag sagen. Als Pan Tau den Kamin hochgeklettert war, wie? Na, auf der Kaminleiter natürlich, und auf dem Dach stand, war er auch ohne Melone überglücklich. Und erst recht, als er sah, was sich auf der Straße abspielte. Vor dem Haus des Fundbüros standen mindestens hundert Kinder und schrien, wir wollen unseren Pan Tau und schlugen gegen die Rollläden. Frau Pospischil konnte sich darauf nun gar keinen Reim mehr machen. Pan Tau versuchte irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, aber vergeblich. Plötzlich schlug die Stimmung auf der Straße vollkommen um. Rosenblatt bog völlig außer Atem um die Ecke und wurde von den Kindern mit einer Schimpfkanonade empfangen. Er kämpfte sich durch die Kinderschar und öffnete sein Geschäft. Er konnte nicht verhindern, dass sein Laden gestürmt wurde. Unter wilden Rufen wie »Her mit unserem Pan Tau« und »Her mit der Melone« begannen die Kinder den Laden völlig auf den Kopf zu stellen. Rosenblatt hatte resigniert. Das perfekte System hatte sich aufgelöst. Stattdessen lagen die alten vergilbten Hefte auf dem Schreibtisch. Um zu retten, was zu retten war, warf Rosenblatt den aufgebrachten Kindern die wertlose Melone zu. Für einen Augenblick verstummte das Geschrei allerdings nur so lange, bis Emil gedadat hatte hatte und rief und rief, dass dies der falsche Hut sei. Da war es mit der Geduld der Kinder vorbei. Der Fundmeister rettete sich in einen Kinderwagen und tauchte vorerst nicht mehr auf. »Panta Aust fort«, jammerte Claudia. »Wer weiß, was dieser Fund Heini mit ihm angestellt hat«, sagte Emil traurig. Mitten in diesem Satz gab es einen gewaltigen Donner. Die Kamintür flog auf und ein schwarzer Pantau, aber trotzdem elegant und mit Schirm, stand vor den Kindern. »War das ein Freudengeschrei! Jetzt bleibst du aber für immer bei uns«, rief die ganze Bande. »Auch ohne Melone?« Pantau deutete auf seinen Kopf. »Klar«, ertönte es im Chor. Und »RUFF«! Das war Flöckchen, der zwischen den Beinen der Kinder hindurchgesaust war und vor Pantau sein berühmtes Männchen machte. Natürlich mit Melone im Maul. Pantau schaute erstaunt auf das Hündchen, nahm zaghaft die Melone und setzte sie unter dem Gejohle der Kinder auf. Schon fuhr der Zeigefinger der linken Hand zum Hutdach. Doch dann hielt er kurz inne. Was sollte bloß das erste Wunder nach Rückkehr der Melone werden? Aha! Pan Pantaus Augen strahlten und er ließ den Finger zu Ende tanzen. Und das welke Blümchen in seinem Knopfloch erblühte in schönster Pracht. Ja, das war echt Pantau. Die Witwe Posbischiel riss die Fenster auf, um genau verfolgen zu können, was in ihrer Straße vor sich ging. Aus dem Fundbüro kam ein elegant gekleideter Herr mit Schirm und Melone, umringt von lachenden, tobenden Kindern. Von überall her strömten plötzlich Kinder in die sonst so einsame Straße und umringten diesen geheimnisvollen Mann. Da spürte Frau Posbischiel ein so eigenartiges Ziehen in den Beinen, so ein Kribbeln im Magen, bis sie es nicht mehr aushielt und auch hinunter auf die Straße lief. Als sie wie ein junges Mädchen aus der Haustür stürmte, stieß sie fast mit den Nachbarn aus den anderen Häusern zusammen. Die ganze Straße war voll mit Kindern, die mit den alten Menschen lachten und spielten. Und mitten unter ihnen Pan Tau. Er kann eben auch ohne Melone zaubern. Tau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020